So meine Freunde, hier sind wir erst mal in der letzten Part, diese ganzen großen Liste, oh mein Gott, endlich. Ja und heute nehmen wir nochmal die und die da. Genau, die haben beide die gleichen Moves halt, sag ich mal die, wenn die sich halt verwandelt, dann hat sie halt das drauf. Da steht auch auf jeden Fall auch Ignorier, Ignore. Ich bin natürlich ein normaler Gegner dazu, weil, wenn die, denk mal, die beiden werden etwas swappen, ausweichen oder was weiß ich und das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal Kaulua und dann nehmen wir die andere nochmal und dann, ja, haben wir es geschafft, diese große Liste und ab dieses Video, wenn ihr das hier gesehen habt, werdet ihr den Download-Link finden zu diesen ganzen Mods, die ich jetzt gezeigt habe, in der letzten Zeit, diese lange Liste, werdet ihr auf jeden Fall finden auf meinem Discord-Server und hier, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese ganzen Videos, daumen nach oben da lassen würdet, wird wir auf jeden Fall schön. Ja. Alter. Alter. Alter, was war die denn für's? Ähm, du schiebst ein wenig. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, jetzt sind die Attacken auch ein wenig verändert. Alter. Oh, meine Fresse, was hat... Achso, ja, wie das liegt. Attacken vom Pan, wollte ich jetzt sagen, aber ist ja leider Gottes nicht so. Alter. Okay, das ist ein geiles Moops-Hack, muss man so sagen. Perfekt, geiler Angriff hat es natürlich auch die Eile. Geil. Ich bin schon gespannt, was die andere drauf hat. Kaulua. Da haben wir ja noch ein paar mehr von. Wir haben das erste und zweite können wir nehmen. Die Reste haben wir ja ignorieren, steht da. Ja, machen wir auf jeden Fall auch. Und dann haben wir eben so, der Schopf, die Liste. So, da sind wir jetzt bei Kaulua, die letzte hier. Okay, dann haben wir die ganze Male. Oh, interessant, wenn die ihn... ...brakt. Alter. Uuuuuh, joa, sexy. Aber die hat das gleiche drauf, wie sonst auch. So wie gerade eben auch, meine ich. AD. Ich dachte, das wären zwei verschiedene Charaktere. Ich würde sagen, zum Abschluss, weil ihr so gut durchgehalten habt, so den ganzen, wie die, äh, in den ganzen Videos hier, wie gesagt, zeigt euch nochmal die Liste, die wir jetzt alle genommen hatten, für dieses, diese ganzen kommenden Videos. Ähm, genau. Geht ab hier los, diese ganzen Charaktere, ich gehe jetzt hier einfach ganz schnell durch. Werde ich jetzt, ab jetzt, weil ihr dieses Video gesehen habt, werde ich jetzt, weil ich diese ganzen Mods hochladen und werde sie auf meinem Discord-Server veröffentlichen. Und ja, so machen wir das auf jeden Fall. Sehr viele Charaktere, aber ich freue mich schon mal, den euch nochmal zu zeigen hier. Und genau, das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich ihn einfach mag, diesen Charakter. Mein liebtes Charakter aus dieser ganzen Liste. Da ist er auf jeden Fall, dieser Charakter, ich liebe ihn einfach, der ist so heftig. Ich freue mich auf diese Verwandlung, einfach bad ass. Nur was von nice. Ich liebe diesen Charakter. Der ist so heftig. Boom. Ich fände diesen Charakter so bad ass. Oh, ja. Ich hoffe allerdings, euch haben diese Videos alle gefallen. Natürlich habe ich noch mehr Mods auf dem PC. Wenn ihr mehr wollt, Daumen nach oben da lassen. Ich werde dir die nächste Zeit erstmal eine Pause machen, wieder mit aufnehmen, denke ich gleich. Danach geht es auf jeden Fall wieder weiter mit Tankership 2, wenn ich Bock habe. Ohne Bock bringt das natürlich auch alles nichts. Allerdings, wie gesagt, viel Spaß natürlich. Ich wünsche euch auch, ich wünsche es euch. Hatte eure Meinung gerne in die Kommentare. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.